Musik So, wo ist der Kerl? Ja, ist gut! Ja, ist gut! Da flüchtet er! Weil er sieht, dass ich Lava habe! Ach, wie süß! Oh, scheiße, meine Herzen drücken, erinnert sich nicht mehr. Wer zur Hölle schlägt mich hier? Ach, der hat Pfeile, der Junge! Das erklärt natürlich so einiges. So, wir gehen jetzt einfach mal hier zur Brücke. Äh, der hat ja auch nichts allzu besonderes. So, jetzt wird der Blick aus dem Wasser herausgelangen sein. Nee, da ist er noch immer drinnen. Gut. Ich hab ne Idee. He, 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 he. Burnen jetzt einfach seine Brücke down. So, der Scheiß-Koll schießt auf mich. So, ich hätte die Lava-Fahrne besser einsetzen sollen. Und jetzt weiß er, dass ich noch Lava habe und... ... ... ... ... ... ... ... also jetzt zufällig schönes Zeug das möchte ich jetzt nicht verlieren geht einfach zurück mach schnell eine kleine Ruhe dann habe ich es nämlich beim nächsten Computer ja ist ja gut So, wir sind auch noch mal Treppen. Welt zubauen. What the fuck? Das ist eine Server Error. Gut, dann beenden wir jetzt mal diese Aufnahme. Das lassen wir alles einfach mal als Lüge für ihn gelten. Ciao. Vielen Dank.